Willkommen, dies ist Radio IBS Slippity, Independent Broadcasting Service Slippity, die internationalen Diensten in deutscher Sprache. Die Tageslosung für Mittwoch, den 14. Januar 2009. Gott ist nicht ein Mensch, das erlüge. 4. Mose, Kapitel 23, Vers 19. 5. Durch den Glauben empfing Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Hebräer, Kapitel 11, Vers 11. Das war die Tageslosung für Mittwoch, den 14. Januar 2009. Ich wünsche Ihnen ein... Dies ist Radio IBS Broadcasting Service Slippity, England. Vielen Dank. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.